Ein Ford Cougar steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem großen braunen, fünf-thürigen, SUV Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 32.000 km. Die Erstanmeldung war Ende 2014. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Einparkhilfe, Partikelfilter, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 163 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des sparsamen Diesel bei 5,9 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 25.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.